Am Ende November kommt in der Komische Oper die Premiere von West Side Story, von Leonard Bernstein, einer von den berühmtesten Musicals aller Zeiten. Warum macht die Komische Oper West Side Story? Wir machen West Side Story, weil West Side Story nicht nur der berühmteste Musical des 20er-Jahrhunderts ist, wir machen West Side Story, weil es einer von den besten Musiktheaterstücke des 20er-Jahrhunderts ist. In dieser Entsinnung in der Komische Oper wird eine fantastische Tanzensemblebesetzung, Sänger von unserem Ensemble singt die Rolle von Toni und Maria und die Orchestra des Komischen Oper wird diese virtuos, atemberaubende, wunderbare Partitur von Leonard Bernstein spielen. Richtig groß, richtig laut und mit richtig Leidenschaft. Die Choreographer Otto Pickler und ich werden den Staub von diesem Stück komplett wegschmeißen und wir hoffen, dass dieses Meisterstück des 20er-Jahrhunderts neu gemacht wird. Wir machen das für Berlin in einer neuen Berlin-Fassung hier in der Komischen Oper. Und es wird eine richtig Hammer sein. Buy your tickets now!